Ja, jetzt gehen wir mal einfach mal, machen wir mal weiter mit Civilization, mit den Deutschen. Letzte Folge waren wir ja oben etwas auf Kriegskurs oder hier, beziehungsweise die Stadtstaaten zu helfen. Äh, muss noch mal ein bisschen laden hier alles. So, zack. Und zwar, wähle ich diese Woche, ich kann auch von hier hinten die Schweden angreifen, könnte ich hier noch eine Stadt gründen, es war dann zwar nur Wüste, Ja. Ich würde das tun. Okay. Gut, gut, gut. Man, 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 man. Die nahen. Anstehende Sitzung, Weltherrscher. Äh. Und leider noch nichts. Gut, ähm, bitte mal einmal die Kaserne. Hier das Monument. Wie weit reicht der? Oh, ja. Dann los. Auch immer noch mit Mailand. Mit Mailand verbündet. 111. Gut, dann fordern wir hier an den Tribut. Dann stecken das Geld. Dann los. Den, den, den linkern. Den reizigen. Genau. Gut, dann fangen wir selber an. Lass uns kommen. Hahaha, Kapitän Gars kommer att bli mycket glad över att ge sig ut i krig igen. So, dahin, nästa Bomber. So, so, auf jeden Fall, hm, auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal so. So, ja, lasst den Weltarscher wollen wir ja nicht. So, Mainan hat uns ja den Krieg erklärt, ähm, du gehst mal nach vorne, zack, auch. So, der nächste Bomber, da kann jetzt erstmal, boah. So, ich kann jetzt erstmal, ich kann mal nämlich die Schweden schön rüber raschen, also. So, genau, gut, du nicht, äh, ja, du heilst dich, und let's go. So, da kann man den General und den dann schön tot machen, das ist schon mal gut. Gut, 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 gut. Und die beiden haben mich mit niemandem befreundet, aber wir könnten uns dann das auch holen. Das dauert doch eine Weile. Ah ja, Mainan, das ist ja mit unserem Krieg. Stimmt. So, ab nach Tuna. Du kannst nix machen. Du greifst hier an. Genau. Du greifst dann einfach hier an. Statt befreien. Nee, Marionette, fertig. Genau. Zack. So, zack, da. Oh, da können jetzt die Bomber die nächste Stadt drüber. Genau, du heilst dich aus, und du gehst dann wieder weiter nach vorne. Du... Auch. Wie lange brauchst du? Fährt jetzt einfach hier rum. So, Stadt, Stadt, ja, halt. Ach so, nein, Auftrag. Gut. Dann... Oh ja, wir haben... Ähm... Wie könnte man jetzt da nehmen? Ja, war ein Entwerpen. Entwerpen, da könnte einer reiben. Zum Beispiel. Alles bewegen, Entwerpen. Zack. So, Flughafen. So, da hin. So, gut. Gut, äh, hier nehme ich auf jeden Fall ein Tempel. Gut. Zwei Bomber, Korea hat ihre Hauptstadt zurückerobert, na sowas, und Korea hat die Hauptstadt wieder verloren. Da geht aber auch ganz schön ab. Manila ist verängstigt. Neue Einheit von Sidon, juhu! Verkauf mit Glauben möglich. Das kann ich doch kaufen. Einen großen Propheten kann man dann irgendwann mal machen. Flugabwehr geschützt kann eins nach vorne, der kann dann hierher. Ne, warte mal, warte mal, warte mal, ah, ne, ich will erst mal, hm, wieso denn nichts? Aber ich möchte bitte erst mal die Einheit. Ich möchte nämlich erst mal Sicht auf die Stadt haben. Und bitte hier rum. Äh, genau da. Den bitte. Kampfstärke. Warte den bitte tot. Rückgabe, Einheit zurückgeben, ne, komm. Nichts, also da könnte man plündern. Gut, Infanterie. Welche? Ach, die. Ah, die kann Bereitschaft machen. So, diese Infanterie geht einfach. Kann nicht weiter. Einige eine Straße. Oh, dann gehst du bitte hier hin. Und. 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 Ach, komm, dann heißt es noch diese Runde halt. Diese Runde halt dann ein paar, äh. Dann geht nicht richtig fest. genau was braucht man denn da eigentlich nichts schule ob produktion flughafen da ist ja auch noch einer genau da machen wir dann das so ok isabella hat frieden geschlossen ich habe den nicht so weit vorne tot mit einheiten verschleiß daher ist aber auf jeden fall nicht schlecht landfahrzeug ist zurück dann nur noch ein alter weltkriegsbomber nicht hier verlieren die kontrolle über kaokia gut eher nicht so äh du gehst mal zurück du machst einfach nix so du gehst einfach mal hier nach vorne ebenso und da hin oder hier hin so dann das da hin den botanisieren wir der geht dann hier hin der macht dann doppel der geht dann auch hier hin der geht hier hin sichere dich einfach ab gehst hier rein da hin einfach hier rüber juhu durch erwerb von perlen dann richtig viele nachrichten hier die wunde passiert ach ja gut steht da angriff das ist schon recht gut das ist schon recht gut so oh Ein richtig schöner Bomber, ein richtiger Bomber, äh, haben wir schon die Hälfte runtergebombt. Mir ist das gut. Phenomenerie, Markt, auf jeden Fall. Richtig gut gemacht, ja. Ja, gut, dann machen wir noch die eine Runde noch. Dann gucken wir mal, wie es ist, wie wir dann Uppsala noch einnehmen. Wir haben jetzt Akad mit einem Rush eingenommen. Zwei Runden Widerstand. Okay, das ist nicht so gut. Diese drei Einheiten. Aber wenn wir da die zwei Bomber noch rauskriegen. Juhu, Gimpf hat wieder Ressource. Und Jerusalem verlangt nach Glauben. Ah, wer mehr Glauben erzeugen kann, als alle anderen. Da bin ich später dran. Äh, jetzt nicht. Du hältst dich. Wie weit vor kannst du? Gut. Oh, okay. Gut. Gut. Ich will, dass du noch ein bisschen länger mitmachst. So, genau. Du greifst den an. Nehme ich, dass nehm ich dann nur noch ein Einsächster da ist. So, dann halte dich aus. Ach, schade. Schade, 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 schade. Aber du. Könnte die Stadt einnehmen. Oder du machst erst mal den Blatt. Du machst den Blatt. Reduktiert ab. Äh, reduziert ab. Schaden, durch abfangen. Äh, reduziert ab. Du. So. Genau, 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 genau. Zwei Runden. Äh, du machst nix. Du plündern ist immer gut. Äh, wir könnten noch einen Siedler nehmen und einfach hier oben noch eine Stadt bauen. Wäre aber doof und hier genauso, da er gerade Uran ist, aber das macht ja auch nix. Äh, was kann man noch so bauen? Ein paar Landwirtschaftsfahrzeuge. Du kannst auch nix machen, du ebenso. Du kannst nur das machen. Ja, wir könnten noch einen Frachter raussuchen. Äh, mit dem meisten Gold. Genau da hin. Du kannst auch nur, du auch. Ähm, Funkturm. Umfidtheater. Schreien. Sichern. Das. Du kannst dann, äh, Sophia nehmen. Genau, da würde ich sagen, haben wir wieder richtig, richtig Geld hier. Und wir sehen dann in der nächsten Folge, wie wir Uppsala einnehmen. Ich bedanke mich für Zuschauen. Ich freue mich über ein Like und wie gesagt, in den Kommentaren könnt ihr reinschreiben, was ich, äh, noch besser machen könnte oder ob es euch gefällt. Ich bedanke mich für das Zuschauen und ich sage tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.